1 2 3 johol der was geht aber es geht wieder am start mit einem live commentary und jetzt blitzrugade ihr folgt sich ja oder wo ist der deppert oder was blitzrugade es liegt einfach daran mc5 geht mich schon so auf mein rechtes ei und dadurch hab ich mir gedacht ich mach blitzrugade ich hab mich verarschen oder was die haben alle schon die guten waffen ich hab sie mal runtergeladen gehabt und hab mir gedacht wie es neu war hab ich mir gedacht ich probiere es auszuspülen dann habe ich es ausprobiert am anfang war halt viel gut weil irgendwie weiß nicht am anfang bin ich in die steuerung gewöhnt gewesen und alles und jetzt bin ich von mc5 steuerung gewohnt aber auf jeden fall ich finde das spiel jetzt nicht so premium muss ich sagen weil einfach ich weiß das spiel aus wartet mal schnell aufs nächste spiel und dann geht es gleich weiter was ich noch sagen wollte das video kommt am freitag also leute ladet euch skype an und edit mich oder wenn sie schaut oder wenn sie schaut ändert mir einfach bei skype dann können sie mitzocken und ja sonst habe ich nichts mehr großartiges zu sagen ich höre mir wieder wahrscheinlich viel scheiße an dem video wegen meiner pollenallergie aber ist ja wurscht nicht so den haben wir alter was sind die scheiß legs ich bin so schlecht ich hätte so gelacht wenn er abgeflogen war ich hätte so extrem gelacht also da kann es naja ich weiß gar nicht kannst du abfliegen beim boot ich weiß es nicht auf jeden fall edit me ich habe eigentlich was anderes vor gehabt aber anscheinend geht es doch nicht so wie ich es mir gedacht habe leider aber naja was wollen wir machen und der ist deppert zum zynen anscheinend auf jeden fall lasst einen kommentar und eine bewertung da wenn es mehr blitzbrigade von mir sehen wollt ich bin jetzt nicht der ober pro oder habe jetzt die besten waffen also ich habe es mir jetzt seit wie lange nicht mehr runtergegangen ist echt lang her und irgendwie dachte ich probiere es einmal ich habe es mir immer schon überlegt ob ich ob ich das nicht einmal recorden soll aber mich hat das spiel dann so anzipft weil es so viel in-app-käufe gibt ja jetzt bauen dass ich neig das lappen kann trotzdem habe ich die Arsch was ist da alter boah junge die steuerung ich komme noch nicht klar sorry leute wenn ich noch nicht so gut bin aber ich bin voll die mc5 steuerung gewohnt und deswegen muss ich erst ein bisschen eine kommen aber ich muss schnell meine waffen aufladen und das schießt schon mit der sniper weil ich habe keinen muni mehr auf jeden fall lasst es kommentar bewertungen da ich kann gerne mehr machen ich will nicht immer nur ich will nicht immer nur scheiße mc bringen weil eh nur jeder mit red spürt so wo ist der blaue jetzt ich bin gleich hin aber er ist auch hin boah junge sorry leute ich bin so schlecht auf jeden fall ähm ich freue mich irgendwie schon heute aufs abo special aber irgendwie habe ich bedenken dass ich es nicht auf schaffe mit den rekorden und so weil ähm ich weiß nicht ich muss das über pc aufnehmen die stimmen und alles und ich muss das alles noch gründlichkeit durchdenken wie ich das am besten mache und dann werden wir schon schauen wie das funktioniert und der hat so fucking viel leben alter so ich bin ja ein noob ich muss wieder auffüllen gehen stirbt doch da geht sie wieder auflauen da geht sie hundertprozentig wieder auflauen da musst du irgendwas bauen leute scheiße ok die sind da hinten ähm oh 20% noch mal shit ok auf jeden fall leute lasst die kommentarbewertung da ich kann ich kann gerne mehr von blitzburgate machen weil ähm ich finde es eigentlich nicht schlecht aber mir hat am anfang die ganzen in-app käufe scheiße ist mir auf der sackung ich habe jetzt gar nicht geschaut was für einen scroll ich habe ihr wisst das ihr habt das gesehen äh ich glaube ich war gar nicht so schlecht 10-1 oder 10-2 oder so ich muss keine ahnung nein 10 kills habe ich ja nicht gemacht aber ist wurscht jetzt da ähm 18 Uhr wird das sein das abo special schreibt es mir bei skype an alle die was mit machen wollen addet es mir bei skype und schreibt es mir an dass ich weiß wie viele es sind und dann mache ich eine gruppe mit euch und dann können wir skypen und ja dann war es das von den leute ich bin raus ciao